So, und wir können definitiv unsere Krone fertig machen. Edelsteine einsetzen. Was nehmen wir denn? Rot oder Grün? Rot oder Grün? Rot oder Grün? Nehmen wir Grün. Und 72.000. Das ist gut. Na dann lass uns durch. So, okay. Zack, nachladen. Und klettern mal los. Ah, es wäre schon cool, wenn wir heute noch irgendwie an die Oberfläche kommen. Grün, Träume und Minen verpasst schon. So, mach mal auf das Ding. Dankeschön. Big Boss. Und? Machst du auf das Ding? Ah, schön. Danke. Der Illuminatus-Anhänger. Dinger sogar hier unten ein? Das hier ist für Sie heiliger Boden. Hier unten haben Sie Las Plagas entdeckt. Eingeschlossenen uralte Bernstein vorkommen. Na klar, was auch sonst. What else? So, okay. Aber die Mine kann ja jetzt auch nicht ewig lang sein. Irgendwie müsste man ja mal nach oben kommen. Ich sehe hier keine Zwergenmine. Hallo? Jetzt mal einen Blick auf die Karte werfen. Äh, okay. Da habe ich noch ein bisschen was zu holen. Sorry, muss ich noch mal kurz zurückgehen. Munition kann ich nicht liegen lassen. Besonders nicht Granate oder so. Das ist ja kostbar hier. Ja. Ja, ab und zu lohnt sich halt wirklich immer so ein Blick so auf die Karte, weil man halt einfach sowas sehr schnell übersieht. Gerade so in der Hitze des Gefechtes. Kennt er wahrscheinlich selber, wenn er spielt. Äh, nein. Tu was zu? Oh, nee. Tu was wieder offen. Schön. Da bleibt sowas halt einfach mal hin. So, wo ist denn Granate? Hier ist die Granate. Die Granate von Renate. Und hier drüben liegt die andere Munition. So, Schießpulver. Okay. Und das müsste es gewesen sein. Genau. Das war's. Okay. So, mein Dicker. Lass mich mal vorbei. Da geht's. So, ja. Also die Beendrolle wären halt wirklich mit dem Raketenwerfer richtig easy peasy gewesen. Und wir hätten vor allen Dingen halt zwei Edelsteine bekommen. Ne? Weil der andere wäre halt nicht versenkt worden. Aber, naja. So ist es halt manchmal. Letztendlich hätten wir auch die Hand. Du willst doch nicht etwa mit diesem Ding fahren. Siehst du noch eine andere Möglichkeit? Ah, okay. Ich glaube, ich weiß, was kommt. Das kann auch noch lustig werden jetzt tatsächlich. Ja, eine schöne kleine Lohrenfahrt. Und jetzt habe ich tatsächlich unendlich Munition. Wer so eine Schien... Wer baut so eine Schien? So. Da kommt doch niemals irgendetwas an. Und dann nimm was gegen diese Bretter. So, überhaupt kein Stress, ne? Ach, du scheiße. Da müssen wir auch mal aufpassen, dass unsere Logik zerballert wird. Ach, gut. Nachladen. Oh. Oh! Oh! Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Okay, okay, okay. Okay. Haben wir. Na! Schieß, Mann, schieß! Ah! Okay. Lass mich raten, dann muss ich auch bestimmt drauf schießen. Nachladen. Alter, das ist aufregend. Oh Gott. Oh, sie waren gekommen. Wie schön. Oh, na, das war ja was. Was das? Wer baut so was? Wer baut so ne Schienen? Was haben die da befördert irgendwie? Das ist doch Quatsch. Oh, warte mal. Hier war wieder so ne Figur. Ich höre sie. Wo ist er? Irgendwo hier oben muss das sein. Vielleicht kommen wir da noch hoch? Ja, wahrscheinlich. Wir müssen hier noch hochlaufen. Und da ist da ne kleine Wacke Figur. Und die müssen wir wahrscheinlich töten. Also wegschießen. Ne? Connectable. Ja! Oh, oh, lalalalala. Nicht doch. So, wo ist der Typ mit der... Hammer? Schön. Oh, ist ja ne Truhe. Ne tolle Weinkanne. Ach, das war schon mal so ein Traum von mir gewesen. Das war hier einfach mal durch die Minen ziehen und hier ne schöne Weinkanne finden. Da ist er. So, zack. Schnappen wir uns. Haben wir vorne ungefähr noch einen schönen Helm mitnehmen. Da muss man sich aufpassen, ne? Das ist auf der Baustelle in Helm tragen. So, okay. Guti. Blick auf die Karte. Und wir haben alles. Und weiter geht's. Ui. Oh nein. Die lustige Lorenfahrt war noch nicht vorbei. Dein Kristall. Okay. Weiter geht's. Nicht nochmal. Erinnert mich so ein bisschen bei kleinem Haus. So eine totale üble Achterbahn bei uns auf dem Weihnachtsmarkt. So mit 90 Grad Kurven. Wo du denkst so. Ihr kaputt. Wirklich. Nein. 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 Oh scheiße. Oh nein nein nein. Der Typ. Warum ist der Typ mit der Kettensäge schon mehr da? Überhaupt nicht stressig die Passage. Überhaupt nicht stressig. Hohoho. Hoppala. Irgendwie fallen ist er. Oh Gott. Ja. Es macht mir Spaß. Schön. Schön. Was ist das ein Rot? Ehrlich. Oh Mann. Oh bergauf. Oh. Entschuldigung bitte. What? Das war nix. Mist. Okay. Aber jetzt. Jetzt wird's was. So kann ich denn. Ich geh um. Hey wir kippen zur Seite. Wuuuh. Durch die Flammen. Wuuuh. Ach hau da ab. Echt jetzt? Das ist doch nicht dein Ernst. Ja. Schnell nachlaufen. Hammer. Hammer. Alter wie lange lebt er? Was? Wie lange lebst du? Nix. Nachladen. Schnell nachladen. Scheiße. Ich bin mir nicht sicher. Verreckt doch endlich mal Mann. SpannING. Haah. Woah. Jajjajjajjaj. Ey. Wir kippen zur Seite. St hör mal. Guck mal, dort haben sie die Parasiten ausgegraben. Schön, schön. Ganz schön. Toll. Da fahren wir hin. Ich freue mich. Wir waren übrigens auf dem Weg nach oben und wir fahren die ganze Zeit nach unten. Das ist ein Witz. Die Bremse. Was? Scheiße. Das ist ein scheiß Ernst. Und Colt Zivas. Alle Knochen hätten mir gebrochen. Alle Knochen. Oh Gott. Ja, na, das war ja eine Lust der Reise. Oh Gott. Oh, danke schön. Speichern. Donnerlädchen. Oh. Aber eigentlich passt es ganz gut. Rotstätte. Rotstätte. Ich bin keinster bei dir. Der Bauschmerzen bekommt. Auf dem Weg außen rum kommen wir auch hin. Okay. Na los. Ist das nervig. Die Frage ist, wo geht's lang? Müssen wir vorne runter klettern? Kann das sein? Weil hier wären wir ja wahrscheinlich, hier kommen wir nicht runter. Also können wir ja bloß da vorne runter klettern. Ja. Genau. Hier geht's lang. Okay. Schwibli wupp. Schwibli schwapp. So, ich denke, jetzt werden wir wieder verschärft mit diesen Insekten zu tun bekommen. Körser doch schon, ey. So. Schön, dass ich jetzt wieder begrenzte Munition habe. Nachdem ich gerade... Was ist denn? Diese Dinger können sich tarnen. Na schön. Einer Weg. Und da sind sie ruhig. Ja, okay. So, das Gute ist natürlich, wir haben eine relativ starke Waffe. Damit sind wir... Mach was aus! ... ziemlich wehrhaft. Wir müssen halt nur schnell sein. Und ich weiß halt nicht, wie viele davon kommen. Und hier gibt's einen Auftrag. Ich werde irre. Echt, muss man jetzt hier einen Auftrag erfüllen, oder was? So. David Flenskin, immer gut. Der Auftrag. Zu viele sind bereits... ...den nimmer enden wollenden Schwärmen von Ungensiefer zum Opfer. Es ist eine regelrechte Plage. Bitte zerstören die Eingänge zu ihren riesigen Brutstätten und bewahre uns vor einer weiteren Tragödie. Okay, wir müssen vier... ... Zugänge anscheinend zerstören. Für vier Spinelle. Das kriegen wir aber hin. So, Problem wird wahrscheinlich halt einfach nur sein... ... dass die halt wahrscheinlich halt in endlosen Wellen jetzt kommen. So, ich guck mal ganz kurz. Okay. Dann gehen wir mal los. Oha. Okay, den habe ich jetzt gar nicht gesehen. Ja, Hotel-Fall. Tschüss. Und? Wie... Kann man hier nicht Tag-Team-mäßig hoch? Ah, okay. Das war eins von vier. Verstehe. Ach, schön. Okay, gut. Das ist echt... Ich weiß sie echt nicht, weil... Das ist echt fies. Na, hier geht's hoch. So, hier geht natürlich wieder ordentlich Munition drauf. Schauen wir mal. Gucken, wie weit wir kommen. Ich hasse Insekten. Wie wäre es, wenn du dich um die kümmerst? Wie wäre es mit weniger Reden und mehr Schießen? Hey, ich habe das Köpfchen... Alter. Alter. Aber die scheinen relativ gut lootbar zu haben, wiegt das so sehr. Das ist ja vier. Da winkt auch nie böse drüber. So, die Frage ist, wo sind jetzt die nächsten Zugänge? Das Schlimm ist, die können ja auch wirklich jetzt an jeder Wand hängen, ey. Das... Ach, verdammt. Oh, hier oben ist... Das war das Zweite. Sehr gut. Na gut. Guck mal, gerade können wir noch Munition machen. Das wäre ziemlich gut. Tja, hier wäre Munition, da haben wir natürlich relativ viel. Mal machen was. Das haben wir jetzt auch gar nicht großartig noch benutzt. Aber wer weiß, es wird schon noch zu irgendwas gut sein. So, okay. Hier, Gervt. Schöne, diese Explosion, René Lauf, ist das... Wach. Schon kennt einer von euch, die für den Starship Troopers. Das ist ja auch so wunderbar gemacht worden damals. Sobald da irgendwelche Viecher getötet worden sind, irgendwie, wie die alle auch sahen, oder? Ja, ich hab den abgeschaut. Na, das kommt. Dare you. Hm. Langsam hab ich genug. So, das wird ja hier nix sein, ne, oder? Ne. Das haben wir glücklich schon. Einer fehlt uns noch. Ein Zugang fehlt uns noch. Und ich glaube, wenn der weg ist, irgendwie haben wir auch ein bisschen mehr Ruhe hier. Aber halt immer Saphire, ne. Das ist schon... Das ist schon opulent, irgendwie, vom Loot. Da kann's nicht mehr gehen. Oder so... Achso, ist ja vielleicht unten. Ne. Wo ist er? Wo ist er? Über uns. Ach Gott. Es nimmt kein Ende. So, hier drüben müssten wir wahrscheinlich noch rein. Wir haben es mal. Und hinein mit uns. Oh, ein Händler hier? Das ist ja interessant. Maha, des einen Knarre, des anderen Leid. Willkommen. Ich hab nur die feinste Ware im Angebot für den. Willkommen. So, schön. Das Ding können wir verkaufen jetzt. Ob Robine oder Ramsch, es macht keinen Unterschied. Die Goldnachur können wir auch verkaufen. Aber wir entscheiden, was es uns wert ist. Ich glaube, der Illuminatus... Mutti. Schön. Dankeschön. So, Messer ist auch im Arsch. So, wir haben aber immer noch den vierten Bau gefunden. Von diesen Insekten. Für den Auftrag. Es ist sehr wichtig. So. Irgendwo muss er sein. Na, wo sind sie? Er steht schon drin. So. Ich stehe auf dem Random Sound. Ja, Ben Uti macht. Schöner hat es schön eingerichtet. So. Aber irgendwo muss der vierte Bau sein. Wo? 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 Da ist er nicht. Also meine Überlegung wäre jetzt tatsächlich, dass der... Oh, warte mal. Da oben, da oben, da oben ist er. Da oben ist er. Sehr schön. Und damit haben wir das Ding. Sehr schön. So, dann können wir den Auftrag auch beim Händler abgeben. Für unsere Spinels. Hast du einen Auftrag? Einsame Spitze, Fremder. Wofür kann ich dich begeistern? Du gar nichts, danke. Wir gehen erstmal weiter. Angenehme Reise. So. Jetzt werden wir ja noch Waffe. Schon wieder komplett out of the moon hier, ey. Out of ammo. Na, das kommt. Mal festgestellt, dass meine ganzen Kompanions hier ziemlich was abhächeln. Fürchterlich. Keine Kundi hier, oder was? Bin ich erledigt. Da weiß man solche Technik doch zu schätzen. Ich kapiere es nicht. Warum dein Leben riskieren? Du kennst uns doch gar nicht. Habe ich doch gesagt. Damit ich mich besser fühle. Komm schon, sei einmal ehrlich. Los Illuminados. Ich habe für sie gearbeitet. Siehst du, wusste ich es doch. Euch zu helfen, macht das nicht wieder gut. Das weiß ich. Aber ich will nicht, dass noch mehr Menschen zu Schaden kommen. Wenn das so ist, häng dich gefälligst rein. Harsche Worte für einen Knappen. Ja. Wenn wir was können, dann sowas. Endlich raus aus dem Höllenloch. Die frische Luft ruft unseren Namen. Borfin. Schrei mal hier nicht so rum. Denn wenn wir erstmal hier sind, bedeutet das wir sind fast... Fast war's. Luis! Lange nicht gesehen, Rookie. Major Krauser? Was soll das? Warum? Sicherung von Diebesgut. Und nebenbei beseitigung von ein paar Herzen. Einfacher Job. Ashley. Das waren Sie. Du kapierst schnell. Was hab ich dich gelehrt? Messer sind schneller. Nicht schlecht. Schöne. Schöne. Also im Original war das eine totale Quicktime-Orgie hier. So, schön. Da freut mich. Wunderbar. Ach, wir können werfen. Kann ich schon mal kurz einmal hier... Hallo? So, und einmal hier einen reinzustern. Schön. So, ich hab hier ein paar Küchenmesser noch über. Na, das wird ja super. Und zeig mir, was du kannst. Ein Soldat wie sie. Der für solche Irrenarbeit. Wieso? 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 Oh, Alter. Operation Javier. Auf, Recken. Schnell. Schnell. Ach, komm. Und unsere Regierung hat einfach zugesehen. Mach dich bereit. Komm, wo ist er hin? So, ich schnuffel mir noch hier einen ein. So, erstmal hier... Nein! Nein! Einmal nicht aufgepasst. Einmal nicht aufgepasst. Ich seh' hier gar nichts, Alter. Ach. Ich seh' hier gar nichts, Alter. Was passiert ist, ist unverzeihlich. Aber sie können deshalb nicht unschuldigen Menschen schaden. Puh. Los, QuickTime Steve. Auf jetzt. Schau mal. Interessant. Genug gespielt, Rookie. Du hast dich kein Stück verändert. Was für eine Enttäuschung. Im Original ist er tatsächlich von Ada gerettet worden. Nicht gut, Herr, mein Freund. Da frag ich mich um unsere Lügen. Wir haben aber vorerst für die Frauen dieser Welt. Nicht reden. Oh, nimm den. Der Schlüssel zu meinem Labor. Geh dorthin. Und entferne die verdammten Parasiten. Hey. Ashley. Ich hab' ein scheiß Leben geführt. Aber jetzt, hä? Was denkst du, Leon? Menschen ändern sich, oder? Tja. Ah, mir Sau. Meister kommt daher, macht Stress und verpisst sich wieder. Toll, naja. Hier noch Mutti. Ah, Kapitel beendet. Ooh. Grüße. Gut. Conéklet.